Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von RM Charles, ich begrüße euch zurück in der Division 2, heute mit dem neuen Bekleidungs-Event. Dies hat am 22.12.2020 begonnen und wenn wir hier hineinschauen unter Bekleidung bei Shop, dann sehen wir es hier. Das Ding dauert also 3 Wochen, so lange haben wir Zeit, wir haben 24 Schlüssel zu sammeln. Schlüssel bekommt ihr immer bei Level Up, da steht dann immer oben dabei, wann ihr den nächsten bekommt. So wie es aussieht, alle 4 Level Up, also wenn ihr jede 4 Level bekommt, ihr einen Schlüssel. Hier sieht es so aus, das Bekleidungs-Event heißt Vorposten, ja nicht Vollposten, sondern Vorposten. Und was ist da drinnen? Wir schauen es uns gemeinsam an und zwar wir haben hier eben Vorposten, hier ist dabei Grizzly, das sieht eben so aus, man sieht es dann hier. Wir können uns auch das komplett ansehen, das heißt so sieht das Teil aus, ja eben mit diesem Helm. Das nächste was noch dabei ist, ist Mungo, ja das können wir auch noch inspizieren. Ein bisschen, ja komisch den Helm finde ich ein bisschen komisch, beziehungsweise mit diesem Nachtsichtgerät und halt irgendwas von Tachau-Ausrüstung, ne? Ja, eigentlich der Mungo halt, ja so ein Tachau-Artfit ein bisschen, ja gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Dann gibt es noch Falke, hier können wir natürlich das Ding auch ansehen, ja ist alles sehr, sehr grau gehalten diesmal. Ja nicht viel buntes, das T-Shirt ist immer nice, das gefällt mir. T-Shirt sieht gut aus, ja das passt und das letzte was wir noch haben, Coyote, das entspizieren wir auch noch. Ah ja, ok, passt auch dazu, ich ein bisschen, im Weihnachtsmann-Outfit normalerweise habe ich keinen weißen Bart, ja also nicht daran stören im Moment, dass ich den weißen Bart habe. Ja, sieht okay aus, muss ich mir ehrlich zugeben. Ja, das passt auch. Ja, gefällt mir. Was es sonst noch gibt, ich denke wohl, wenn ihr abgeschlossen habt, wird es noch extra was geben. Man sieht es auch hier bei Greasy gibt es hier noch einen Waffenskin und eine Ausstattungsfarbe. Bei Mungo auch eine Ausstattungsfarbe, bei Falke ebenso Ombrage eine Ausstattungsfarbe und bei Coyote, hier gibt es nichts drinnen. Okay, ja dann, okay, hier gibt es nichts, aber ich denke wohl, es wird wie immer vielleicht auch noch welche Emoze und so weiter geben. Denke ich mal, wird auch drinnen sein, sehe ich aber jetzt eben nicht, aber trotzdem, ich habe euch mal das neue Event vorgestellt, das Bekleidungsevent in dem Fall. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, schreibt es uns natürlich in die Kommentare. Jo, und somit haben wir es mal wieder, ich würde mich eben um Kommentare, Like, Abos wie immer freuen und wir sehen uns im nächsten Video von The Division 2. Und tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.